Herzlich willkommen zu meinem Vlog, wie ich meiner Schwester ihre Nägel mache. Das sind ihre alten Nägel, die habe ich selber gemacht und deine Nagelhaut ist der Trockenmaus. Wieso habe ich dich gerade Maus genannt? Tada, hier ist meine riesige Nagelbox. Hier ist der second layer. Merkt man eventuell, dass ich obsessed bin mit Nägel machen? Das sind übrigens gerade meine. So pretty, oder? Als erstes müssen wir Nägel abmachen. Ich mache jetzt Watte auf Aceton. Wollen wir uns was drauf nehmen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt funktioniert. Ich habe die Methode noch nicht ausprobiert. Ich verstehe dir, weil ich schwöre. Oh yeah. Die Nagelhaut abschneiden ist so, als hättest du es wollen. Jetzt kommt Rubber Base on the Nagel. Und der Nagel kommt auf den Nagel. Ihr müsst voll dolle drücken so. Und dann muss das so da rein. Ich habe ein Video drauf. Aua. Hiss. Hand. Danke. Alle Nägel sind dran. Ist das nicht mega geil? Werden auch so lange bleiben. Auf jeden Fall, oder? Ja. Nein. Ah. Ah, du bist richtig brutal heute. Tut das weh? Nein, aber es erschreckt mich. Das machst du mich richtig gut. Danke. Fertig gefeilt. Und ich schwöre, ich kann nicht mehr. Jetzt mache ich Gel drauf. Erste Schicht ist drauf. Und oh mein Gott, meine Hose. Und jetzt kommt noch das Design. Das ist die Inspo. Aber ohne dieses da. Ach so, nur die äußeren. Okay. Oh mein Gott. Junge, das ist Krise hier. Nochmal so. Oh yeah. Voll pretty. Jetzt kommt noch Top Coat drauf. We take this one. Ich saß mit Kartell am Tisch, oder? Ja, ich auch. Das riecht nach Himmel, Blumen. Einfach geil. Mein Gott, Jana. Mein Gott, Alter. Das sieht aus wie aus dem Nagelstudio. Ich bin der King.